... ständig zu Besuch und muss natürlich auch mal auf die Toilette. Mach hin! Ja, ich beeil mich! Ich muss! Ja, kann man an das Scheißen hier! Ja, das ist ja später! Nee, geht nicht, ich muss da ja auch mal. Ja, ich muss aber trinken da! Ja, ist ja in Ordnung! Also, wenn ich aufs Klo muss und das brennt dann, dann wird's bei mir höchste Eisenbahn, dann muss, egal ob mein Sohn oder Wolfgang das ist oder Danni das ist, die müssen dann runter vom Bott. Der ganze Rotz muss aber irgendwann mal raus sein! Wir können ja so ein Dixi-Klo mieten! Ja, dann müssen wir doch mal die Stadt anrufen! Ob die uns das zur Verfügung stellen für dich? Nee, nee, für euch! Dass man vom Klo geschmissen wird, das nervt absolut! Gut! Stimmt! Gut!